Deutschland war immer nur ganz wach, wenn unser Volk gegeneinander gearbeitet hat. Wenn ihr Wind seht, dann sind wir Sturm. NPD, lasst uns Sturm sein! Die SPD ist die Partei der Normalität. SPD und Kommunisten sind lange für Arbeiterverrat. Darum sind wir Nationalisten das Ende der Auswahlplanade. Ist die Partei der Grund und die Marks, du siehst, die Partnerverrat. Untertitelung des ZDF, 2020